So, Teil 2.1. Willkommen zurück bei Endless Space 2. Den Kampf verlieren wir hier ganz klar. Wir sind das kleine blaue Fleckchen da unten. Aber so seht ihr mal wie die Kämpfe aussehen. Ich habe dummerweise bisher nur Erkundungsschiffe. Und hier in dem Kampf ist gerade mal eins dabei. Deshalb werde ich hier auch Haushof verlieren. Ich habe keine Angst gehabt, meine Kolonien zu verlieren. So, fertig. So, so, so. Ich fliege immer jetzt nur bis hier hin. Ist schon was fertig hier? Nein. Nein. Oh. Gott, alle Dinge hat falsch gegangen. Verdammt. Oh. Oh-oh. Malftraumfahrer. Oh, da der Engl des Imperium. Oh-oh. Malftraumfahrer. Oh, da der Engl des Imperium. Ich brauche Raumschiffe. Alle Toten. Fertig. Höflich, freundlich. Ereignisse, Systemteller. So. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen stärker. So. Wobei... Moment. Zivilschiff zerstört. So. Mal schauen, ob wir jetzt unsere Kolonie von den Besatzern befinden. Befreien können. 4.000... 1.675... Boah... 312... 4.000... 4.000... 4.000... 5.000... 5.000... Warte da. Hopp. Scheiße. Kämpfen. Kämpfen und sterben. Ach ja, ganz schlecht. Ach so, die Taste. Klick. Horatio, was machst du nur? Ganz, ganz schlecht. Das wird mir sowas von polieren. Und das war's. Ach ja. Gut. Haben wir wieder mal verloren. Wird ich mal schauen. Können wir schon große Schiffe bauen. Um zu bränden. So, müssen wir mit der Forschung durch sein. Einfaches Bomberschiff. Kampfschiff hier. Woll. Rob-Antrieb. Fertig. Nein, zivile Flotte. Du hast sie ja gut. Offenbarer. Moment. Ich stand nicht gerade da. Bomberschiffe von zu bauen. Rumpf. Rumpf. Schließen. Fertig. Fertig. Warum? Warum? Warum, warum? Ich will Kampfschiffe bauen. Nein. Schönen. Guten Abend. Offenbarer. Da, da, da. Woll. Rob-Antrieb. So. Flood-Management. Da, da. Das ist ein Ziv-Mod-Tool. Das ist ein Ziv-Mod-Tool. Fils-Punkte. Größere Schiffe. Größere Schiffe. Geiz. Auf Gesundheit. Geiz. 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 Hmm, hmm, hmm. System Verbesserung in der Industrie. System Verbesserung in der Industrie. System Verbesserung in der Industrie. Hmm, 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 verdammt, verdammt, verdammt. Intimensionale Faltung. Oh, 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 oh. Rumpf. Zack. Zu wenden. Ist das die Plage der Gehässigkeit? Ich muss jetzt zu den Horten. Ablehnen. Pup, pup, pup. Zack. Pup, 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 pup. Pup, 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 pup. Pup, 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 pup. Abführende. Stattdessen, noch mehr Zugwenden. So, und bitte sagt mir, ich... In the name of the heart and of harmony, the unfallened greet you. Fertig. Dö, 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 dö. Immer noch eine Runde. Warum? Verteidigung. Offenbarer Zubel. Umfrage. Fazifisten. Offizielle Unterstützung. Nächste Phase. So. Na, endlich. Dö, 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 bam, bam, bam. Was machen wir hier? Filz, Boden, Trupp. Ähm, hm, hm, Wirtschaft und Handel. Fertig. So, und zum nächsten. Habe ich das hier unten jetzt verloren schon? Oh, wie sieht's aus? Cool, und ist hier baum. Auf Wiedersehen. Wir sind hier mit dem Kondom. Ich bin wieder hier mit dem Kondom. Ich bin wieder mit dem Kondom. Ich bin wieder mit dem Kondom. In der in der Kondom. Ich ziehe es hier vorne. So, fertig. Scha, scha, scha. Kanonenrumpfpanzerung. Scha, scha. Größe klein. Detaillierte Werte. 26, 20. 21. Sehr gut. Verdammt. 6, 20. 21. 22. 23. 22. 23. 23. To win. Achso, genau, das wollte ich aber schauen, deswegen Gravitationsantrieb, Geschwader-Montor, Plasma-Verstärker, Genetik-Verstärker, Titan-Antrieb. Oh, to... Pompenschef. Delbitte. Sof Stiago. Sof Stiago. Sof Stiago. Sof Stiago. Sof Stiago. Sof Stiago. Veränderung, Handel, Pflanzensaft, Wirtschafts- und Handel, Technologie. Zack. Zack. Jetzt möchte ich bitte dieses gute Ding mal anschauen. Konstruktion auf Größe klein. Mal passen lesen. Schaden pro Sekunde. Okay. Bin ich mit zufrieden? Schaden pro Sekunde. Schaden gegen Raketengeschwader kurz, mittel lang. 55. Waffen-Typ Energie. 10%. Komm. Ich brauche noch mit rein. Ich habe eine Panzerung. Bodenluftgeschosse aus Titan. Titan Antrieb. Haben wir. Zusätzlich Personal. Plasma Verstärkung. Genetik Verstärkung. Schauen wir Ton an. Schaden. 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 Kuhn! O bounded in t penseiri. Vielen Dank.